Was? Wisst ihr worauf ich Bock hab Jungs? Mika Milano! Ey, ey, die haben schon gefühlt seit 1,5 Monaten meinen Kopf gefickt. Was denn? Warum? Milano postet jeden Tag das Video so einen kurzen Schnipsel, ne? Von dem? Ja, jeden Tag! Seit locker einem Monat, Digga! Seit locker einem Monat! Oh Maria! Jeden Tag! Stimmt! Die haben auch so ein kurzes Sketch gedreht mit... Wie ist er? Sorry... Mika? Mit Mika haben die so einen kurzen Sketch gedreht mit so einem Mädel Auf jeden Fall, das ging auch durch die Decke Also ich muss schon sagen, die machen das ziemlich schlau Deswegen bin ich auch hart gehypt, alle Die haben das richtig gut marketingmäßig durchgezogen Gucken was im Monfria hier veranstaltet Auf jeden Fall Leute, Bewertung, Telegram-Gruppe Wenn ihr Bock habt mitzumachen Am Ende des Videos sage ich wie Bruder Go! Es war einmal eine Junge namens Mika und eine Junge namens Milano Diese zwei Jungs waren aus einem gleiche Holz geschnitten Die haben den Drogen vertickt Genauso wie ihre Väter, ihre Brüder und ihre Vorfahren davor Der Name von den Drogenhändlern war Pablo Ist das ein Grinch oder? Und Pablo hat eine wunderschöne Tochter namens Maria Du hast ja Filme geschrieben, oder? Ah, okay Witziger Film Sympathisch Sein Lachen Was geht ab, Bro? Alles gut? Was geht ab, Bro? Was geht bei Jim? Gar nicht, Bro Wie die Sonne ein bisschen genießen Na, kennst du doch so, Bro Chillen Vielleicht genießt das Scheiße Was ist das denn? Hast du auch eine Nachricht bekommen von Pablo? Ja Was sagt ihr? Ihr beide seid meine treuesten Partner und das seit Jahren Heute ist der Tag Meine Tochter braucht einen Partner, dem ich auch wie meinem Sohn vertrauen kann Möge der Bessere das Erz meiner Maria erobern Am Ende erwarte euch eine Überraschung, Amigos Was ist das? Pass mit Kater, aber Und jetzt Du solltest reib' Gar nicht, Bro, alles gut Fatschau mir, alles gut Ich märg' mich gleich Bra, ich hab' nicht verstanden, Was für Herz Was, Her, was für Herz Wer sagt Herz, Bro, ich hab' nicht verstanden Was für Herz Bruder, komm, sag Bruder, Fatschau mir, das ist nichts, mein Ami Fatschau mir Baguette Ich märg' dich, okay Das ist so lustig. Adrian, wenn man auf der Presse sagt, wird es besser, wird Baguette, wird es zu machen. Das war French. Okay, gut, stopp, Monavid. Das hat so einen ... Oh, ich kenne diesen Anfang. Egal. Das ist doch von einem echten Dreh, original. Ja. Echt? Oh, stimmt. Baby, tanze bei Vollmond, deine No-Go's, deine Kurven auf dem Loco, die du dich bewegst. Sowas hab ich nie gesehen. Oh, Namacita, meine Diva, Baby, du bist andere Liga. Hey, der ist YouTuber? Ich muss sagen, also ... Ich weiß gar nicht. Das ist der erste Song, den ich jetzt von dem gehört hab, so. Das höre ich ganz gut an. Der ist jetzt nicht kacke. Nicht schlecht. Nee, das höre ich gut an, finde ich. Wir gucken, was für Highlights noch kommen. Ich will noch ein Highlight von dem sehen. Ich bin auf dem Weg. Nur zu dir, egal wie spät. Yeah. Mein Baby hat Caribbean Flex. Dressed so impressed. Sie ist not so perfekt und sie denkt nicht an Sex. Sie ist so fresh. Ihr Dressed so clean. Nikes, Air Force, Blue Jeans. Das hat er gut gemacht. Stopp, das ist so voll K1-like, aber ein Ticken langsamer. Ja, das kannst du nicht. Das haben viele YouTuber, die so K1, die feiern alle. Ja, jetzt alle über einen Kamm scheren. Komm. Habe ich viele, habe ich alle gesagt. Wir wissen, wie du tickst. Du Mama sieht, dass ihr Diablo in deinem Blick. Baby, ich weiß, ihr bleibt dort. Sie hat den Song Rihanna White on. Mariano. Zeig mir doch, wo du rumst. Aber es war gut, ey. Ich such die ganze Zeit da. Du bist nicht da. Ich muss drauf, du sind ziemlich leid, ey. Wie lustig, ey. Aber ziemlich gut gemacht. Oh, mit Smilana kann man doch einfach nur merken, oder? Ey, ich... Ja, Mann. Der wird noch eine kleine Nummer werden, ey. Der wird noch eine ordentliche Nummer. Der bringt genau das, was ich gerade eben gesagt habe, dieses Highlight. Das war gerade... Ey, das ist... Oh, guck mal, das ist so gerade featuring Spanish und Französisch. So die Spanish Vibes. Ach so, so meinst du das. Ja, stimmt, stimmt. Geht es euch genauso? Stimmt, ja. Nur weil es irgendwo ein deutsches Background hat, oder Latin eher. Fühle ich es irgendwie... Wenn ich weiß, das wäre ein komplett ausländischer Track wegschmeißen. Ich weiß, was du meinst. Ich spiele es einfach. Ja, ja. Das ist so gut. Ey, man kann sagen, was man will, aber... Ey, Milano hat Skill des Todes und jedes Mal überzeugt das sein. Und immer wieder denke ich mir, französischer Rap hört voll gut an. Mir ist scheißegal, welches Lied ich von dem höre. Alles hört sich gut an einfach. Ja, ist wirklich so. So angenehm einfach. Wir haben es auch sehr gut gemacht mit dem ganzen Spiel in dem Video. Das stimmt, ja. Baby, ich bin gleich bei Jill Pipe Up. Sie hört den Song, Rihanna White Up. Ja. Ja. Ey, Milano. Denkst du, du kommst mit dieser Nummer wirklich durch, Alter? Frirurig. Weiß nicht. Nö, frirurig. Was hast du denn gesagt? Oh, Maria. Mach mal bitte einmal zurück, bitte. Sorry. Nein, was drauf. Ich will zu stehen. Komm kurz. Denkst du, du kommst mit dieser Nummer wirklich durch, Alter? Frirurig. Was? Nö, frirurig. Weiß nicht. Frirurig? Egal. Frirurig? Egal, mal weiter. Theoretisch vielleicht. Oh, der macht so. Oh, der macht so. Sag mir, was du machst und wo du stehst. Sag mir, was du machst. Sag mir, was du machst. Ich such die ganze Zeit auf. Du bist nicht da. Bitte gern dein Telefon, start doch sofort. Schering für Palakon. Du bist nicht da. Ich du dir au revoir. Oh, Maria, Maria. Boah, das hat der nochmal gut rausgehauen. Mhm. Der kann so gut singen, oder? Ich denke, das ist jetzt glücklich. Der richtig gute Nachbar. Ich glaube, jetzt sind sie der Gitarristen von mir. Ja, dann. Safe. Okay. Schock. Schock. Sorry. Ich schwöre. Boah. Schock. Sorry. Ich schwöre. Einfach aufs Loch so. Ja, aber ein drischige Blottwist auf einmal. Ja. 30. Oh, ich liebe diesen Gitarren. Halt. So, meint ihr, sie hat jetzt wirklich... Der... Meint ihr, sie hat jetzt wirklich eine Zwillingsschwester? Oder war das dieselbe? Story bei Mika. Denkst du? Was? Story bei Mika? Krass. Oh. Mika hat keine schlechte Story. Also rein von so... Ich muss sagen, ich hab mich durch und durch unterhalten gefühlt. Ja, ich auch. Aber richtig. Voll. Mhm. Auch wenn es so richtig plump ist. Es hat unterhalten. Komplett. Ja, aber das ist... Ja, das ist cool einfach. Also Respekt. Wirklich. Das ist immer schwer, diese Akzeptanz zu finden als YouTuber, ne? In der Szene. Aber... Ist er sicher YouTuber? Ja. Der hat früher viel Instagram gemacht. Und ich glaube, das war sein Hauptfokus. Instagram, äh, Facebook. Der hat immer diese kurzen Clips gehabt. Ich kenne ihn auch nicht. Ich glaube, Videos von ihm gesehen gab. Ähm... Ja, YouTube hat er zwar auch gemacht, aber jetzt glaube ich nicht so stark wie Instagram. Und so. Auf jeden Fall. Respekt. Fast Respekt. Und mit Milano ist das perfekte Feature. Ja, Mann. Perfekt. Es passt einfach. Ja, die haben auch gut harmoniert und so. Ja. Also. Cool. Hat er gefallen. Jetzt hast du es endlich gehört. Ja, endlich. Also nach einem Monat. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie schon am Anfang erwähnt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Telegram. Da draufklicken, mit reinjoinen und beim nächsten Mal mit abstimmen. Ansonsten Instagram könnt ihr uns auch gerne folgen. Ist auch unten verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ja. Vielen Dank.